Was geht ab? Wieder am Stissel, am... Ja, keine Ahnung, was ich glaube, auf jeden Fall. Ich bin wieder am Start. Letztens ging es einfach nicht, weil ein Freund von mir einfach meine blöde Hilfe brauchte. Äh, ja, brauchte. Mein Deutsch? Äh, egal, kommt. Lasst erst mal ein bisschen creative zocken und dann ist alles gut. Hi, Sophie. Äh, ja. Ich bin gerade nicht am Stisseln, deswegen, ähm, ja. Brr. Bruder, muss los. Erstmal das Handy mit meinem Kabel vertauscht, der. Autsch, das tut weh. Sophie, was denkst du? Ja, was geht? Ähm, alles gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich morgen früh live bin. Ich weiß noch nicht ganz, aber, ich glaube, vielleicht, ja doch. Ich glaube schon. Ah, ja, da muss ich los. Ich hab mich grad doppelt gehört. Anzeige ist raus. Ähm, muss morgen machen. Was geht ab? Äh, keine Ahnung, was abgeht, Digga. Ich weiß nicht, was abgeht, Digga. Keine Ahnung, was abgeht. Ey, nein. Nein, 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 nein. Keine Ahnung, nein. Hab ich nicht gehört. Das war Halloween-Musik, hallo. Warte, Stuhl muss wieder anständig hingeschoben werden, ja. Ja. Handy ist dann auch schon mal weg. Handy muss dann auch schon mal los. Ja, Digga. Mir ist doch scheißegal, wohin wir fliegen, Digga. Du weißt ja. Sofie, alle, was geht? Ähm, geht's euch noch gut? Oder? Also, an alle, die noch drin sind, äh, geht's euch gut? Weil ihr seid ja auch dann wieder am Stisseln-Messel, Digga. Oh, Digga, endlich raus. Handy, ähm, Angelina, lass mal ein paar Mutleger und dann, let's uns starten in Rufus and Pleasant, äh, Paratize Apart. Ja, klar. Nur morgen mit TV. Ah! Morgen? Ah, ja. Ich mach, glaub ich, morgen sogar noch mal einen Stream mit meiner Schwester. Das wird dann auch den gleichen Titel haben. weil... ich keinen Bock hab, den Titel umzustellen. Deswegen wird's einfach gleich bleiben. Ah, ja, Hausaufgaben stinkt. Angie, wegen die hab ich wieder einen schlechten Ping, die ja. FBI, Open Up. Ja, okay, komm. Kein Scheißdreck. Äh, das, glaub ich, muss raus. das, glaub ich, passiert'n. Au,a. Hey, bin ich jetzt grad losgeworden? ja ich mag hausaufgaben auch jetzt eigentlich nicht aber morgen gibt es vielleicht also ich habe gesagt vielleicht ja ich will euch nicht wieder enttäuschen erlaubt nicht enttäuschen wenn wenn hier morgen kann ich bin kommt nicht enttäuscht sein ich werde diese woche auf jeden fall kommt lässt er los auch was ist was ist mit meiner stimme los ja davon war meine stimme ah nein 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 die bleiben schön hier das einzigste mädchen ich habe mal kurz in chat von was du das einzigste mädchen bist meine schwester mal kommt komplett los mit mit kommen kann seiner klar war der lager Ich glaube aber, es ist diesmal keine große Verzögerung drin, oder? Na, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es eine große Verzögerung drin ist. Ah ja, meine Katze will den Hamster mal wieder auffressen. Nein! Ja, das war's wieder komplett. Nein! Ja. Ey. Digga. Willst du mich verarschen? Ich hab doch jetzt keinen Knacks, oder? Knacksikuss. Ich hab Knacks bekommen. Warum geh ich nur auf diesem Weg dann? Naja. Na, meine Lust bin ich geworden. Da hat man gerade nach vier Tagen nicht gespielt und ich bin der lustigste König der Welt. Mal gucken, wie mein AIM ist. Wenn mein AIM gut ist, dann alles okay. Ich bin Hosen-Scheißer. Was? Ich bin Hosen-Scheißer. Ja, Mann. Ich bin Hosen-Scheißer, wie meine Mutter gerade gesagt hat. Ja, klar. Immer doch. Meine Mutter möchte ich mich einfach nur mal ins Film klamieren, aber okay. Da muss ich los. Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Wofür brauche ich das hier? Um den Baum zu sprengen. Okay. Hä? Ah, ja. Wir lassen das jetzt auch noch mal gut gehen. In irgendeiner Kiste sollte doch noch ein Ding in irgendeinem Zelt. Ah, ich weiß, welches Zelt Knacks hat. Ah, nichts von denen. Hä? Hier war doch irgendein Zelt, wo dann so ein Minerbürstchen drin war. Nein. Ich muss das hier üben. Ey, die fahren mal ein bisschen rechts. Wow. Grüße gehen raus an die Joren schocken, Digger. Ich liebe diese Videos. Was? Ist es schon viel? Ah, okay, danke. Grüße gehen raus raus. Hallo, ich check hier grad gar nichts. Bitte aim, du darfst aber gut sein. Mein aim muss aber gut sein. Bitte. Ich will, ich will, ich will wie der letzte Move, aber okay. Komm, da ist noch ein Biggie, oder? Ja, da ist ein Biggie. Komm, da ist noch ein Biggie, oder? Ja, da ist ein Biggie. Ja. Sag mal. Oh, Digga, Sophie. Junge, ich fühl mit dir, gell? Ich fühl mit dir. Ich schwör, ich fühl mit dir, Junge. Ich kenn so Situationen, wenn die Mütter einfach sagen, ja. ab ab in 500 tagen erstmal wieder fortnite das tut weh also ist nur ein beispiel also nicht 500 tage wo sind die mit dem schrauber ankommen dass man eine kiste öffnen was den regenschirm nicht so lieben hat auch nichts gemacht was von diesem regenschirm nur scheiße also was ich von diesem regenschirm blöd finde aber das ist wirklich das blödste von allem nicht dass dass der im flug ist kann schon mal ausprobiert mit hubschrauber weil ich schon mal im flug habe ich so gemacht ganz normal auf einmal ist der eine wo ist der hubschrauber sind meine settings gleich schnell oder sind schneller ich habe das gefühl dass die schneller geworden sind habe ich das nur das gefühl ach scheiße also egal angelina macht dich bereit verstehe ich nicht oder ja ich ziehe gerade mal drauf gehen auch einmal direkt schon weg also so 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 Ich habe noch keinen Kill. Das ist nicht okay, Digga. Digga. Und wenn ich jetzt ohne Kill sterbe, dann muss ich kurz creative. Also danach muss ich noch creative. Ähm, wie spät ich noch morgen früh on bin, äh, live bin, weiß ich selber nicht. Da fragst du mich was sehr schweres. Da fragst du mich was schweres. Wann ist morgen, live bin? Alter, keine Ahnung, wann ich live bin, morgen. Ah, hinten machen die Bays bauen. Warte mal, da gehe ich aber nur mit geschlossenen Händen hin, bitte. Ja, ich finde ich wohin. Wir müssen hier. Hier. Oh, oh. ich glaube die davon haben ausprobiert die haben eine die meine schwester auseinander die 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 was ja kommt hier kommen entdecken hey junge diese steuerung und die kommen kreativ bitte das kann nicht sein die gar mein ehem ist noch nichtmals drauf ich weiß gerade nicht wie du das meint so viel aber angelina kannst du mal kurz rauskommen ein bisschen lecker schmecken ja kommen lassen mit mir das spiel ich habe keine lust und wie machst du kurz kreativ rein warte warte ich mache eine geile map rein und geh kurz spiel chat damit meine zuschauer die damit du das kurz nicht hörst weil das kurz für meine zuschauer nur für meine zuschauer angelina also keine hoffnung scherz war das nur gerade für meine zuschauer was ich ich sage ich gehe dann gleich kurz spiel chat dann nur für meinen zuschauer laden also also ich mache gleich ich mache jetzt kurz eine map rein und es wird so geil es wird einfach so geil es gibt so ein hack map also wo du irgendwie keine ahnung so gesagt machst du dann mehr schaden die map ist gut komm jetzt komm jetzt dass die hack spieler und deswegen ja keine ahnung macht sowieso keinen druck ja ok komm lass die hack spieler beginnen Lass die Hex-Spiele beginnen, Ingenie. Ja, 99er. Ja, 99er, komm. G-G-Giger. Huch, Digga, das tut mir doch etwas leid. Ja, da war der 99er doch drin. Die Hack-Map wird dann nochmal gemacht. Engie, lass die Hex beginnen. Lass die Hex jetzt für uns gewinnen. Ja, so geht das. Ah, Sniper, so ein Ding ist das, nämlich. Sniper macht, glaub ich, 400 Schaden, oder, Angel? Ich glaub, die hat letztens 400 Schaden gemacht. Lass die Hex beginnen. Das Ding ist halt, ich möchte halt nicht direkt tot sein. Nein, Engie, Engie, nur Sniper, Engie, Sniper, Engie, Sniper. 420er, komm! Komm, Digga, tschüss! Digga, komm, Digga, es ist so geil. Es ist einfach mega geil. Irgendwie ist das ein unfaires Spiel, aber irgendwie auch gleichzeitig ein faires Spiel. Keine Ahnung. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich find's mega geil. Weil die Schallgedämpfte da auch irgendwie in der Schaden macht. Das find ich mega geil. Ich bin in der Schaden, sage, Achaden, aber ich würde da sein. Ich bin in der Schaden, aber ich würde da nichts zapparieren. Wer ist noch an? Gigi? Ja, ich guck mal kurz. Ah, ne, nicht so. Ich weiß grad nicht, wer noch so an ist. Gnomi, Parkbunt, naja, keine Ahnung, auf jeden Fall viele. Auf jeden Fall noch viele sind von meinem Kunden on. Oh, die Helly-Sniper hat nie geschlappt direkt jetzt. Lecker. Die Helly-Sniper ist lecker, Schmecker. Mh, dann können wir erstmal den Fisch auch mitrollen. Holst du den Fisch auch noch mit, Digga? Ja, dann sind wir hier auch schon mal sicher. Auf der sicheren Seite. Ah, die spielt wie der Spider-Man. Ne, mal ganz mit, wie der Spider-Man. Ich glaub, mir reicht das jetzt wieder. Die macht wieder so einen auf ehrenlos. Und dann fragt sie sich, warum ich so ehrenlos bin. Ja. Ja. Brö. Ja. 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 Äh. Äh. Ah. Wenn du so auf Ehrenlos dann machst, mach ich wirklich ernst. Ich wusste, ich mach grad keinen Spaß. Nach dieser Runde machen wir ohne diese Cheats hier. Also ohne dieses... GG. Ja, ich hab grad mein Handy aus. Weil das hier ist grad mein Ersatzhandy. Abo, Moxen King. Was willst du? Hallo? Kannst du bitte dein Teddy-Headsack ausmachen? Bitte. Oder wenn du nicht reden kannst, dann rede einfach, ja? Aber nicht Teddy-Headsack. Nein! Ah, scheiße. Oh mein Gott! Z-Max! Oh mein Gott! Bitte! Ey, die Turtelt sich schon wieder ein. Sie Turtelt sich schon wieder ein. Ich bin sie... Ey, die Turtelt sich schon wieder ein. Sie Turtelt sich schon wieder ein. Ich bin einig. Bist du. Ja, ich bin einig. Ich bin einig. Oh! ich freue mich einfach wegen dem ganz normalen wir machen jetzt ohne ohne hexte also ab sofort ab jetzt also diese sind ja keine richtigen hex fest mal immer zu nennen sein hallo los ich muss auf klo oh mein gott kann man durch dieses loch hier schießen ich habe keine hilft gefressen die einzige die hier ist meine schwester wie wenig kapiert ist ich habe die nun 70er reingedrückt wie wenig kapiert ist sie ganz wenig hp zunderschön Das ist nicht nehmisch. Sollte ich nicht nehmisch. Huh! Das ist nicht. NG ohne Hexen. Ja, okay, jetzt fasse ich hier die Hits. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich bin aber auch mit den stärksten Gassen fast. Also, ich bin eigentlich die stärksten. Ja, okay. 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 Wihauh. Oh, ho, ho, ho! Alter Schwede. Ja, okay. Der 70er war, kommt der drauf, komm. Da kann es nicht sagen. Das war nicht mehr als ein Heck. Das war direkt der 70er. Weil mein Körper würde dann leuchten, aber der leuchtet nicht, weil er einfach gold ist. Warum muss aber sein Körper einfach gold sein, Liga? Kann er nicht einfach knapp im Braun sein? Ne, äh, ja. Ja. Oder einfach... Geht so? Ja, okay, komm. Ich sag lieber nichts mehr. Ich frag nicht, kann... Ja, ähm... Ja, komm. Ich tüpf mich sowieso. Ey, komm, Liga. Ja, der war... Der war aber sowas nicht aus. Oh! Mmh, lecker! Lecker! Lecker schmeckt er. Ja. Aber ich glaub, der hat ein bisschen mehr gefahren. Dieser Noscoop. Oh, yes. Jetzt mein... Jetzt tut mein Arm weh weh, nehm Noscoop. Oh! Nicht schon wieder. Guck mal, ich hab sogar... Ich hab sogar... ...Extremier, Liga. Krass, oder? Der Snipe hat wehgetan, deswegen nennt man den Sniperpönig. So viel oder alle die das Video gucken, dann auch noch gucken oder vielleicht noch jetzt noch gucken. Spam jetzt mal kurz Fortnite, also Sniperpro in die Kontrolle. Hashtag Sniperpro. Hashtag Sniper. Hashtag Sniper. Hashtag Sniperpro. Egal auf die Rechtschreibung mehr. Dachte ich sowieso nicht drauf. Man hat sie ganz leicht rausgezogen. Guck mal in Rohre. Oh mein Gott ist sie low. Wie sie einfach mit allen rausstehen. Ein HP, ein HP. Nein. Das kann, das kann nicht. Das kann nicht sein. Hä? Nein, ich hatte ein HP. Bin dann am Fallschirm gestorben. Es kann einfach nicht sein. Ja man, Sophie macht es genau richtig. Hashtag Sniperpro. Ich bin ja auch der Sniperpro. Ich. Ich. Bin der Sniperpro. Was? Naja. Du weißt ja wie ich ja jetzt abgehe. Du hast ja wie ich abgehe. Wie ein Fritz Kotz. Musi. Die baut sofort. das ist so süß wie sie baut es ist so süß das kann ich meine taktik na okay komm lass ein bisschen nach mal kurz ja das reicht nicht habe ich dir gerade überhaupt nicht Ich weiß nicht, ob ich es mal mitbekomme. Nein! Ich bin Sniper-Pro-Ali. Soll ich mal einen 30er Move machen? Ich mach jetzt einen 30er Move, egal was ihr in den Kommentaren schreibt. Also bei mir ist natürlich ein 30er was anderes. Ja, man kennt's ja. Ich mach jetzt einen 30er Move. Das wird jetzt ein bisschen schlimm für meine Schwester, aber okay. Geht doch alles klar noch. Jetzt spiel ich auch Spider-Man. Nämlich. Ich spiel darf immer Spider-Man spielen. Ich spiel. Ja, okay. Hey, komm, Enti, du musst auch ein bisschen nachdenken, ne? Ja, ich weiß, dafür muss man üben, so gut zu bauen wie ich. Ja, das ist auch ein bisschen schwer, ne? Nein, man. Ich bin Hashtag Sniper-Pro. Und jetzt noch Hashtag Aim-Pro, wenn ich jetzt diesen Kill noch schaffe. ohne zu bauen in diesem kind schafft ohne zu bauen bin ich ein pro dann könnt ihr die geht da hinten hin die kauft sich jetzt ein bot also die wird jetzt das ein bord links da es ist so und es ist zu und es ist einfach zu und für und ich will sie trotzdem obwohl aber ich habe es natürlich nicht geschafft uns zu bauen weil wenn die das hat ja wie soll ich das denn hinbekommen aber so viel ganz ja gerne anschreiben machst du es kurz ich lasse dich aber auch nicht aber keine schimpfte sonst muss ich den chat leider von hier bahn und das wäre glaube ich nicht so toll für mich also so eine kleine frage ist das auch so was wo ich auf jeden fall noch mit nein 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 ich muss nur mitteln oh mein gott von derzeit schaden Na ja, natürlich man. Ich weiß doch, ob du keine bösen Wörter machst. Lahm? Ne, ich sag kein Kappa oder so. Hab ich auch keine Worte drauf. Ich hab auch gerade keinen Worte. Irgendwie, keine Ahnung, Durst zu spielen, hab ich auch keinen Worte. Irgendwie auch kein Solo und so. Das finde ich gerade komisch. Weil schon im Moment wird alles guter, in dem ich reich wurde. Ich hab diese Wand doch nicht aufmachen sollen. Ja, Junge, kauf dir A-M-Bot. Jetzt kauft ihr A-M-Bot. Digga, welcher Stück war ich schon nicht drauf von ihr? Komm, schieß die Wand weg. Warte, willst du mal einen richtigen Sieg haben? Mann, nein! Ne, sega. Ich hab gleich keinen Bock mehr. Alter. Ich mach... Ich mach... Ich mach... Schreib Hashtag Ernst, wenn ich... Ernst spielen soll. Also so viel. Wenn ich ernst spielen soll, dann... Ähm... Hashtag Ernst rein. In die Kommentare. In die Kommentare. Oh mein Gott. Warte, jetzt. Warte, ich will den... Wo ist die mit dem? Also so viel... Hashtag Ernst, okay. Wo ist die mit. Warte, jetzt. Das ist nicht mehr. Warte, wir waren eine Ratsch- meine Ratsch-web. Warte, wir haben einen Ding. Dich war es. Dich war es von einer Ratsch-web. Wo ist die Ratsch-web? Come Hand auf. Die Ratsch-web. Warte, wir haben eine Ratsch-web-ratsch-web. Was hat dran? Als ein Ratsch-web. Warte, wir haben eine Ratsch-web. Naja, HASHTAG SUPER ERNST, wenn ich es super ernst machen soll, also so richtig ernst, schreib bitte rein, HASHTAG SUPER ERNST, also HASHTAG SUPER ERNST, Digga, dann muss ich aber sehr los, wenn das reinkommt, also HASHTAG SUPER ERNST, wenn ich SUPER SUPER ERNST an, also doch, es kommen bestimmt ein paar Schüsse an, weil meine Schwester, ah, weil der, ähm, was müssen auch, ich guck mir, dass die Schüsse landen, ja, und wann mir leckst du, so, HASHTAG SUPER ERNST, war gemacht, wenn ich nochmal super ernst, spielen sie auch, ich soll dann, ähm, nochmal ein suchen, HASHTAG SUPER ERNST in die Kommentare, und dann, wenn du nochmal schreibst, dann mach ich dich für die ganze Zeit super ernst, also, oder, HASHTAG mittel? HASHTAG mittel ist so ein bisschen Schwankflassen. Alter. Ach so, ich guck jetzt. Also, mach nix reingeschrieben. Ich weiß noch nicht, ob ich ernst war. Warte mal. Ich geb dir aber noch ein paar, nur ein paar Hits auf ernst. Oh, was? нов auf A A A das war jetzt noch ein bisschen ernster war okay weil ich glaube die ganze zeit ernst ich glaube dann hat sie aber auch wo ich hätte auch weiter ernst machen können aber ich glaube dann hat sie auch keine Ahnung also die Leute die wollten dass ich noch mal ernst mache Digga ne ne steckt mittel wird jetzt gemacht bei unter 40 da mache ich ein bisschen da mache ich ein bisschen rein jetzt auch gleich bin ich ok ja jetzt einfach ausgeschossen jetzt einfach ausgeschossen es war einfach dumm ich hab meine hand wand aufgeschossen die ja ok komm gg das war einfach dumm ich würde noch nicht mal ernst machen ja ich gebe ja warte auf sofort mit schotten ja ich wollte eigentlich nur adden ich hätte sie sogar noch nicht mehr als getroffen weil man ändert man nicht mehr als gut war aber auch Oh! 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 Das war noch nicht mehr Dexter, ja. Angie, nach dieser Runde spiel mir mal eine Runde, die du auch mitspielst, ja. Also, die du auch spielst. Dann gehen wir kurz ins gleiche Zentrum. Nach dieser Runde gehen wir ins Zentrum. Und dann gucken wir, welche Map du haben willst. Wenn ich die nicht kenne, ja, dann ist es halt so, ja. Dann kann ich auch nichts machen. Dann muss ich die halt kennenlernen. Ah! Oh, ich möchte da nur einen schnellen Tod machen. Weil du mir springst wie nach... Ach so! Wenn ich... Guck mal! Die Laser... Die Steine sind die Zentrum. Aber nach der Platz ist die einzige Zentrum. Aber nach der Platz ist die einzige Zentrum. Die Zentrum, komm schnell. Komm schnell, Zentrum. Komm schnell, Zentrum. Aber Gigi, komm. Endlich du machst aber diesmal ne Map rein. Zentrum, komm. Tröte Zentrum. Brö. Machst du kurz ne Map rein? Ich frag mich, wie das hier gehen soll. Hä? Endlich, ich mach hier kurz die 2 rein. Ja, okay, 2. Du machst die 3 da rein. Oh, da steht hier irgendwas... 1 plus 1 Map? Willst du da rein? Ja, okay. Ja, okay. Brö. Okay. Ja, okay, komm. Brö. Da muss los. Die ganzen Waffen müssen doch erstmal respawnen. Endlich, es geht aber noch nicht los. Hier ist ein Bauch. Hallo? Ah, okay. Ähm, noch nicht anfangen. Und ohne Crappler, also ohne Spider-Man-Dings da. Weil ich hasse dieses Spider-Dings da. Ähm, noch nicht anfangen. Du kannst mit jeder Waffe, außer dieser Spider-Man-Waffe da. Ja, ich hasse die. Diese Waffe, die ist komplett was für den Brrrr. Digga. Die ist, die ist richtig, richtig, richtig sche... Ja, okay, komm. Angie, komm. Geh hier. Ey, ernsthaft. Ja! Drück mir noch mehr Hits rein. Drück mir noch mehr Hits rein. Ja. Entschuldigung. Ja, Junge. Was hab ich denn für ne Chance gegen ne Minigun? 0 prozent habe ich chance ich habe eine minigun 0,000 chance ich krieg schon wieder es kann nicht nur 1,000... Ja, ja, Laser! Ja, komm. Wenn es schnell geht. Mein Gott, Alter, dieser Laser. Hat schon wieder meine ganze Ehre genommen. Ey, es ist doch blöd. Oh, das ist doch blöd. Oh, das ist doch blöd. Wie ist das? Ah, komm. ja komm ich werde nicht sterb jetzt oh mein gott dieser 7 hp noch gewinne gegen sie noch mal ich raste aus so nix hat nämlich ey komm von oben so eklig warum ist man von oben so eklig ja guck mal nicht ich hau gleich habt ihr weißt du wie das kann es ist einfach ja ich dachte er hat keine waffe ich gehe jetzt nur auf den nul jura angie danke danke nur auf den nul jura endlich nicht auf mich ja er hat die hunderte oh mein gott ehre genommen alles genommen als ob er so obdachlos ist bauern ist bei ihm schon mal auf null ich will mal nichts sagen aber ja sehr gut wenn er jetzt hier genommen ist er ist so dumm warum kalt er mich nicht an er weiß ob ich nicht lobe oh mein gott ist er low erst noch als irgendwelchen china endlich auf die auftung alter schwein das ist auch ein nervensegel laser von oben dafür gibt es gleich ein dickes danke dafür ja der minigun alter so ekelhaft ok kommen Ist da abattachlos? Aha. Sonnenstern, Sonnenstern. Aha. Alter. Beide spritzen mit Minigun. Was ist das? Ich hab gleich einfach keinen Bock mehr auf nur Jura-Dinge. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf den Typen. Da spiel ich einfach. Oh mein Gott ist der los. Was? Ich konnte noch nicht, weil es nachladen. Ja komm. Du schießt runter. Was ist das? Ich hab auch mal runter geschossen. Oh. Wie viel? Oh. Abgelöst. Das war ein schönes. Oh. 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 ich also ich weiß es noch nicht ganz ja sagt die das gegen die das sind die ich finde ihr zweitens nicht so cool aber den stil finde ich cool das war ich dann auch mal das kommt nicht anders versteht vorteil fand ich ein bisschen musik und ich finde das einfach so wieder einfach dann in unsere runde joint er macht alles kaputt und dann ja ich habe keinen bock mehr da spielen raketen werfe alles was unfair ist ja und dann hatte ich keinen bock mehr kommen sowas habe ich keinen bock und das ist einfach übertrieben tschüss oh mein gott zur abwechslung mal sollten ein 2 vor 1 1 1 2 4 Ja komm, sterb diese Runde. Ja komm, sterb diese Runde. Ja komm, ich hab noch 3 Schüsse, jünger, 28 HP. Ich hab den 70er reingedrückt. Du hast gewonnen und alles ist gut. Jetzt eierst du da oben irgendwie rum und versuchst, keine Ahnung, was zu tun. Ja. Das ist was wiederkommt. Das ist was wiederkommt. Warum? Ich zerstör den doch nicht so vor, Alter. Ich denke, ich zerstör den. Das ist was wiederkommt. Ey, komm. Ey, so tun sie mir nix. Bitte helfen sie mir, ich bin in Gefahr. Ey, komm, ich hab doch nur 28 HP. Bitte helfen sie mir. Ey, komm, ich hab doch nur 28 HP. Ey, komm, ich hab nur 28 HP. Okay, ne graue Schrot. Digga, was will man denn noch mehr? Ja. So ein Ding, ich hab nur nehmisch. Okay. 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 ich hatte keinen bock noch der war mir zu schlimm hier nicht ja jetzt kommt meine gruppe er kriegt sofort rocket launch der das hier überlebt hat Glück Bisschen weiter nach da vorne. Bisschen weiter nach. Bisschen weiter nach. Bisschen weiter nach. Musik Die lang vergessene Welt war hier. angelina du es drin kannst mir jetzt zu gucken naja ich hab ein bisschen ich möchte auch ein bisschen hier bleiben man kennt ja heimat hier einmal heimat das ist meine heimat hier lol Hey, Leute, ich versteh's nicht. Okay, ich versteh's aber nicht. Okay, ich versteh's 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 nicht. Hä? Ah, hier! Hä? Nein? Hä? Nee. Nein. Ja, Junge. Digger. Oh, Digger. Mach bereit. Ja. Junge, ich bin der Schichtste. Man kennt's doch. Digger, was bin ich denn für ein Noob? Ja, komm. Ja, wahrscheinlich hat der mich in Frenzy Farm gekillt. Ja, glaub ich auch. Glaub ich auch. Glaub ich wahrscheinlich auch. Ja. Glaub ich, nenn ich. Wäre ich nur nach rechts gegangen. Hey, Angie, du bist doch bereit. Ja, okay, doch. Ja. Doch nicht. Brr. Dann geht die nächste Runde los. Boah, nächstes Ladekabel muss ich kurz in den Müll einmal schmissen. Ja, hoffentlich hat man's nicht gehört. Obwohl, man muss es irgendwie gehört haben, Digger. Gleich kippe ich mich mit meinem Stuhl an, Digger. Ich schwör's euch. Ich hab so ein richtiges Exemplar. So ein wichtiges Exemplar hab ich als Stuhl. Und weder ist das ein Goldstuhl oder so. Ja, keine Ahnung. Hab ich mir auf jeden Fall selber erbaut. Angie, lass mal wieder zum Gefängnis bei, ähm, The Shark. Ich warte jetzt genau bei diesem Eingang da hinten. Wie, ähm, wir sammeln kurz Loot hier kurz rum. Und, ähm, die kommen ja da hinten irgendwo aus so einem Container oder Mülleimer raus, wenn die die epischen Waffen und alles haben. Wir lassen hier erstmal epische Waffen und alles farmen. Und dann machen wir ehrenlose Taktik. Wir fangen sie ab. Oder? Kann man sie hier abfangen? Ja, hier fangen wir sie ab. Hier hab ich erstmal ne Waffe. Dann kann man auch sehr gut abfangen. Oh, Minis sind auch sehr gut. Angie, wir müssen die gleich abfangen. Also nicht in die Shark hat gehen. Nicht da hinfliegen. Hier ist nochmal die Waffe, Angie. Kannst du mir bauen oder was nicht? Wir bauen den erstmal jetzt ein Käfig. Und dann fangen wir die hier ab. Nun hast du voll abgelostet. Hast du voll abgelostet. Was noch? Wie bitte? Hast du voll abgelostet. Naja, man. Was denkst du denn? Von hinten erschossen. Naja, ich hab richtig abgelostet, ja. Was denkst du denn? Aber ich fang die jetzt ab. Ich mach jetzt auf ehrenlose Basis. Ich möchte diese... Ach, dann haben. Ich mach jetzt auf ehrenlose Basis. Fang ich hier jetzt was ab. Ich fang die jetzt ab. Hier rein. Kommen die. Und wenn die rauskommen. Wenn die sich freuen. Erstmal einen Laser oder so zu kassieren. Stani hat's selber erlebt. Also. Mach ich's auch wie Stani. Und wenn du da hinten bist. Und wenn du da Gegner sind, dann markier mal kurz. Also echte Spieler, wenn da echte Spieler sind. Markier mal kurz. Markier mal, wenn da gar kein Spieler gelandet ist. Also ich hab grad diese Frau gehört. Ich hab diese... Maru gehört. Mal, Bruder. Ich weiß nicht, wo dein Kumpel hier ist. Äh, deine Freundin. Wo ist die? Hast du die schon gekillt? Nee, nee, nee. Ich hab die immer noch. Ah, hm. So ein Ding ist halt nämlich. Ah. Ich glaub, ich hab die Frau gefunden. Nee. Ich glaub, ich hab die Frau gefunden. Wir müssen nur ein Kumpel geben. Wo ist die? Ich ver... Ich versteh's ja nicht. Ich versteh nicht, wo sie ist. Das ist das Einzige, was ich grad nicht kapiere. Wo sie ist. Ich weiß noch nicht, wo ihr Tresor ist. Also... Dieser Season... Äh, in diesem Ding... In diesem Ding... Ist irgendwie gerade alles komisch. Nee, oder? Äh, nee, kann nicht sein. Äh, ich hab sie gefunden. Nee, sondern... Ja, 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 ja. Nee, dafür ist es nicht bezahlt, Digga. Komm, 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 komm! Tee, 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 tee. Angie, hast du einen Jumppad? Oh, mein Gott. Angie, komm, schnell. Ja, ja, ja. Oh ja, das ist ja gut. Almost wieder nach Forms. Oh mein Gott, nein. Andy, du hast doch noch einen Jump-Head. Andy, du hast doch noch diese Sprungfläche. Komm. Och Mann. Ich hab's dir doch gezeigt, wie das geht. Richtig. Ja. Beste Leben. Ey, du bist gleich tot. Äh. Ich hab noch einen, ich hab danach noch eins, gell? Noch einen? Ay, du liebst den Kropa. Hello? Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Das war gut. Engie, wenn du Verbände suchst, hier liegt noch eins. Aber nützt du das noch eigentlich gar nicht. Vielleicht, wenn du noch ganz wenig Leben hast. Weil ich kann vielleicht... Ja, ich kann noch durch. Ich kann noch durch und dann nehme ich erst mal meinen Medikiput. Und wenn du jetzt sterben solltest, ist es auch nicht schlimm. Das ist hier durch. Ich darf gerade durch den Navi-Sniper. Ist das Navi-Sniper? Ja, okay, komm. Ey, komm, die Zone, die Zone, die ist immer 1400 Milliarden Meter von uns weg. Kann sie mal, kann sie mal auch Waffe. Kann sie auch mal mit uns. Was blöd ist, ich habe keinen Medizinkoffer mehr. Ich habe auch keine Bandis. Was? Ja, ich weiß, Mama. Ja, wir haben noch diese Frau, ihr, ähm, Dingenslager gesagt. Ja, wir haben noch diese Frau, ihr, ähm, Dingenslager gesagt. Äh, wenn hier noch Bandis drin sind, Angie, dann teile ich die kurz für uns aus. Ja, Angie, hier sind noch Bandis drin. Hier. Du zwei, ich drei. Warte mal, warte mal. Du kriegst sogar eins mehr. Ja, ich habe ja jetzt Trappler hier. Mama? Was ist los? Ja, ich habe ihr doch extra drei Bandis gegeben. Ja. Ich dachte, du wärst mal sagen, würdest du doch mal schon mal vorlaufen. Was? Ja, ich dachte, du wärst mal vorlaufen. Wie vorlaufen? Ja, vorlaufen. Ich hätte nicht, das ist schon der Papa. Weil da ja ihr Bandis drin ist. Ich habe ihr doch Bandis gegeben. Ja, und? Ja, hä? Warte mal. Was soll ich denn noch machen? Guck, es macht doch nur einer Ticks. Ja, guck mal, wo ist Angie, die weiß. Ich kann doch nicht mit ihm sterben. Angie, du hast noch die Bandis. Hä? Ja, sie stirbt. Sie stirbt einfach. Äh, ey, du bist so un... Unmöglich. Warte, warte. Alter. Nee, ich muss sie jetzt alleine lassen. Die, sonst sterbe ich selber an der Zone. Ich sterbe sonst selber an der Zone. Ich kann doch mal gleich zurückgehen und ihre Karte holen, aber sonst mehr kann ich nicht warten. Und sie hier rebooten. Okay. Ja, Independentistic ist hier. Allé. Ja, okay. Guck mal, weil ich Angies Karte einfach geholt hab. Nur wegen Angies Karte, Mann. Mann, Alter, wegen Angies Karte. Oh mein Gott, Alter, ich spiel jetzt nicht mehr mit Angie, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab ihr sogar drei Bandys gegeben, sie frisst sie einfach nicht. Sie frisst einfach die Bandys nicht. Junge... Ja, kann man sagen, was man möchte, Alter. Die frisst einfach diese scheiß Bandys nicht. Ähm... Äh... 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 Und was ist das, warum? Junge, meine Eltern sagen sofort, ja, du hilfst ja deiner Schwester selber nicht, gell? Warum sollte sie dir dann helfen, Junge? Was für Junge, ich hab ihr fast gerade geholfen, gell? Gell? Der eine hat dicke Hits bekommen. Ich konnte auf diesem Dach nicht bauen. Ähm... Egal, komm. GG. Ja, hallo, ja, 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 ja. Sophie, ich... See, was du... Was du bitte... Was soll ich bitte machen? Ha... Ja, was soll ich denn machen? Ja, hallo, was soll ich denn machen? Oh mein Gott. Hey, was soll ich denn machen? Versteh ich grad nicht. Ähm... Oder ist es einfach ein Joke, keine Ahnung. Ich lass es selber gerade nicht. Da steht nur Masken, bitte. Ah ja. Tschüss. Warte, ähm, dein Handy öfters an, weil ich deine Nummer nicht trage. Ja, okay, komm. Ich mach gleich mein Handy an. Oh, meine Mutter sitzt sofort, Alter. Ja, du rettest deine Schwester auch nicht. Ja, und dann komm... Komm ich noch in den Druck rein. Ähm... Ich geh einfach nicht mehr an. Ich glaub, ich hab keinen Bock mehr. Ich komm noch in den Druck rein, weil meine Schwester... Ich hab meiner Schwester die Karte noch gelöst bin. Dann komm ich in diesen Druck rein. ... Dieser ekelhafte Druck, ähm... ...des Todes... ...versuch den Gegner zu töten. Nö, da drauf hab ich keinen Bock mehr. Ich helf meiner Schwester, gell? Aber... ...angeblich helf ich hier dann doch nicht mehr. Hä, Digga? Was ist das? Ich hab hier ja Karte dort, ne? Und meine Mutter sucht sofort so... Ja, guck mal, wo du deine Schwester schon hängst. Was kann ich dafür... ...wenn sie irgendwo in China hängt... ...und sich mit Bratwurst gönnt? Ne, ne Nudelbox gönnt. Damit soll nicht China oder so beleidigt werden, aber... Alter, was ist das? Sie, ähm, sie geht noch nicht mal so richtig. Sie geht, als wäre sie... ...komplex knackst. Einen Schritt noch weiter. In dieses Zimmer bin ich nie gerade gegangen. Könnt ihr ja auch beweisen. Ah, ich hasse diesen Druck. Wenn man geschmeidig spielt, ganz okay, ja? Also, so wie ich gerade spiele. Ist ganz geschmeidig. Aber... ...wenn ich dann mit Druck auf alles schmierst du ja... ...und kannst du dich dann spazieren. Und das hatte ich kaputt mit meiner Schwester als Karte auch... ...einfach der größte Druck aller Zeiten. Bei uns hat's gehört... ...haza können 240. 51. Ich weiß noch nicht, als ob ich einen Granat mitkriege hinkriege. Ja, habe ich schon mal hinbekommen, aber das war Glück, es war purer Glück. Ja, warte mal, war es gerade da ein Lama oder habe ich mich gerade verguckt? Hä, wie? Ja, war das jetzt ein Lama oder nicht? Ja, warte mal. Ja, es war ein Lama. Man sieht, meine Augen sind da. Lama, unsere Beziehung geht leider nicht mehr, ja? Du verstanden hast? Unsere Beziehung geht leider nicht mehr. Ich weiß, fünf Jahre waren schon lange, aber Beziehung geht leider nicht. Noch einmal muss ich da fangen und dann... Tschau. Boah, aber... Wenn wir meine Wende standen, die dieses Video sehen, sollte die ja... Ich wüsste hier, ich bin am Ausrasten da. Ja, ich würde ausrasten, meinen Hochschlussvater, manchmal. Wenn ich dann hier die Video-Kommission wieder... und ich würde... Ich würde... Was? Was? Nein! Nee, ich habe keinen Bock mehr auf Angie. Nee, Alter, ich bin am Fallschaden verreckt. Ey, komm, nee. Ey, komm. Ey, komm. Digga, am Fallschaden... Hunderter war es sofort. Nee, warum konnte es einfach nicht nur ein 90er sein? Es wäre viel feiner gegangen. Nee, muss ja direkt ein 2 Milliarden am Fallschaden sein, gell? Mann, Alter, 3 Milliarden am Fallschaden erst mal bekommen. Junge. Nee, das reicht nicht. Ich bin jetzt Durs gegen Solo. Er, Solo gegen Durs. Oder Durs gegen Solo. Scheiden-Kleister, so ganz egal, Junge. Ist doch egal, wie es heißt. Einfach ganz egal. So, turnen oder man ist uns am besten bei Dirty Dogs. Ja, komm, lass noch Dirty Dogs ganz schnell und dann abhauen. Und dann noch nicht pleasant. Pleasant. Heimat. Weeping. Nicht Heimat. Soll die Scheiben-Kleister. Die Selbstmord-Attacken sind entzeugen. Wie eben diese Selbstmord-Attacke. Die war so schlimm. Die war so schlimm. Die Selbstmord-Attacke. Bald sollte auch mein W-Lan ausgehen. Bald, habe ich gesagt. Noch nicht jetzt. Aber, bald, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Und danach lande ich noch einmal present. Bevor mein Internet noch ausgeht. Oder mein Internet geht einfach jetzt gleich aus. Und dann bin ich komplett. Dirty Dogs. Und eine Stelle kann ich euch gut zum Campen geben. Die ist sogar in der Nähe von Dirty Dogs und The Rig. Oder The Ring, oder? Keine Ahnung. The Rig, glaube ich, oder? The Crotto. Ja, okay. The Rig. Ja, okay, komm. Einfach The Crotto nenne ich das jetzt einfach. Ähm, The Crotto. Eigentlich wollte ich es gerade The Ring nennen, aber... Okay, ähm, The Crotto. Und neben dem hier ist irgendwie so ein Busch, der komplett eingebackt ist. Warte, das ist sogar irgendwie so ein Spielfehler oder so, keine Ahnung. Ich bin von Fehler von Epic Games. Eins, zwei, drei, vier, hier, das muss ich öffnen. Eine Truhe davon muss ich öffnen, warte, von hier, dem. Nein, dem sind immer traurig. Drei Truhen drauf, ich lande da. Öfters. Öfters lande ich hier. Aber ich lande hier nur öfters. Nicht immer. Boah, weger. Was, du, das sind alle Waffen, die ich brauche. Oh mein Gott. bin ich nur er ist sowas von low wo ist er hin aber er ist nicht kämpferstelle gegangen oder wenn er jetzt wirklich da drin ist in diesem bus dahinten nämlich der verpackte bus ist das hier denn er ist einfach unzerstörbar du kannst du gegen hauen so oft wie du möchtest er ist einfach unzerstörbar egal wie oft du drauf wirst er ist einfach unzerstörbar also und es ist lieber nicht auf um was ist das da sie müssen losgehen der war so low dann müssen noch ein draufgegangen oh ein jump hit wo ist dein teammate hallo jetzt weiß ich wo dein teammate ist da kann er auch nicht mehr hin da kann er nicht mehr zu tun weißt du warum? ey der geht nicht mehr zu weit er geht ja nicht mehr zu weit wenn ich den von dem jetzt getötet werde ich schäme mich den was ist das? er hat fast von Wop gekeilt was ist das? ah wieder 40.000 xp danke ich geh da hinten gewesen ich geh nochmal hin ach Junge ach Junge ok das waren aber auch noch die Losties ja da muss ich wirklich zugeben das waren aber auch noch die Losties von allen es gibt bestimmt noch bessere Spiele also ich denke schon dass es noch gute Spiele gibt also die 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 Oh mein Gott. Hey, uns mal nicht mehr zu können, das muss man. Ah ja. Ach du mein, ich bin da unten immer gar nicht mehr. Wird sie gerade einladen? Ich finde sie gar nicht mehr. Hallo. Mann, hör auf, Chantal. Ähm... Ja, nehm... Jö, das ist ja noch nie, ich bin da unten. Ja, ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich kann das auch wieder weg. Ich bin da unten. Oder ich kann das eben weg. Ich bin hier unten. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Okay. 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 Das war's auch mit dem Video, mit dem Video auf jeden Fall. Und ja, warst du immer noch. Ciao.